Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen bei NZZ Standpunkte 2 Journalisten ein Gast. Und dieser Gast braucht für diesmal keine lange Einführung. Er hat diese Woche die Schlagzeilen dominiert wie selten jemand zuvor. Es ist Bundesrat und Justizminister Christoph Blocher. Noch Bundesrat muss man korrekterweise sagen, denn am vergangenen Mittwoch wurde er nach nur vier Jahren im Amt in einer spektakulären Wahl abgewählt. Herr Bundesrat Blocher, herzlich willkommen bei NZZ Standpunkte. Herr Bundesrat, Ihre Partei, die Schweizerische Volkspartei hat vor knapp sieben Wochen die Wahlen in der Schweiz mit fast 30% Wähleranteil klar gewonnen. Nun, am Mittwoch sind sie abgewählt worden. Was ist da schiefgelaufen? Ja, es ist vielleicht kein Widerspruch. Das ist die Folge. Das Parlament, die Mehrheit hat gesagt, diese Siegerpartei, die muss jetzt auch etwas gedemütigt werden. Das war ein Grund. Und der andere Grund sagt, wenn man noch den Exponent dieser Partei aus dem Bundesrat werfen, dann ist die grösste Befriedigung vorhanden. Der Volkswille wurde hier, meine ich, sehr missachtet und die Konkurrenz und alles. Das ist klar. Ein solcher Erfolg geht bei anderen Parteien nicht ohne Reaktionen vorbei. Ist es vielleicht auch der späte Flucht der bösen Tat, nämlich die Abwahl Ruth Metzlers vor vier Jahren, 2003, wo ja die SVP auch massgebend daran beteiligt gewesen ist? Ja, es mag bei der CVP eine Rolle mitgespielt haben. Nur diese Abwahl von Frau Metzler, die war dann eine saubere Angelegenheit. Wir haben klar kommuniziert. Wir sind zum dritten Mal die grösste Partei damals geworden und haben gesagt, uns stehen zwei Sitze zu und die CVP ist übervertretend. Nehmt einen zurück, Frau Metzler oder Herr Deiss. Das haben sie nicht getan, haben gesagt, wir müssen antreten. Ihr müsst euch für die Konkurrenz entscheiden. Also es war alles offen und klar kommuniziert. Jetzt war ja auch, die Linke hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie Christoph Blocher nicht im Bundesrat will und der Fraktionsvorsitzende Herr Schwaller hat seitens der CVP am Dienstag Abend auch gesagt, wir werden Christoph Blocher nicht unterstützen. So gesehen, auch hier dieses Mal wurde eigentlich ganz klar gesagt, wir wählen nicht Christoph Blocher. Ja, ja, das ist auch ihr gutes Recht. Also ich meine, man darf mich nicht wegwählen. Und das ist auch, ob das ein Glück oder ein Unglück ist, wissen wir noch nicht. Aber die... Demokratisch war es ja eine absolut saubere Sache, oder? Ja, das kann man nicht sagen. Also man hat eine Kandidatin gewählt, die die Mehrheit nicht gekannt hat. Man durfte nicht darüber sprechen. Wir haben natürlich das Vorfeld begutachtet. Wenn jetzt die anderen Parteien gesagt hat, wir wählen jemanden einer anderen Partei oder der begriffene Kandidat hat diese Fehler, dann ist das alles. Aber sie haben während Wochen gesucht, einen der SVP ist, würdest du nicht dich zur Verfügung stellen, um diesen Bundesrat aus dem Sattel zu heben, zahlreich in unserer Fraktion. Und wir haben auch gewusst, dass sie Regierungsräte angefragt haben und also damit Frau Regierungsrätin Wittmer Schlumpf jemanden gefunden haben, der dann zu gesagt... Also das undemokratische, wenn ich das jetzt richtig fische, das undemokratische empfinden Sie, dass die SVP selbst, also die Fraktion, nicht involviert gewesen ist in diesen Auswahl. Ja, nein, nein. Undemokratisch ist es wahrscheinlich, wenn die Bevölkerung die grösste Partei wählt und zwar gerade auch noch von diesem Exponenten, also da ist ja klar, und sehr viele Leute, man weiss, die sollen in der Regierung bleiben, das merken wir ja jetzt an dieser unglaublichen Reaktion an. Dann sagt man, jetzt sind wir unter uns und jetzt werfen wir ihn raus, aber wir reden von Konkordanz. Ja, das ist doch immer noch Konkordanz, der andere ist ja auch SVP. Das sind die üblichen Verlogenheitsmätzchen, die eben vorkommen, aber sie haben es geschafft und jetzt bleibt es so. Wir müssen ja nicht zu viel machen, jetzt zu sagen, das ist der Fluch der bösen Taten vor vier Jahren. Das war keine böse Tat. Auch die heutige Abwahl ist keine böse Tat. Ich bin nicht so moralisch. Ich mag es Ihnen gönnen, wenn Sie mit zwei Leuten, die Mitglied sind in der SVP, aber nicht die Vertreter der SVP sind, regieren wollen in den nächsten vier Jahren, ist das ja Ihre Freiheit. Vertreten denn Frau Schlumpf und Herr Schmid, die jetzt beide noch im Bundesrat sind, für die die SVP-Nicht-SVP-Gedanken. Ja, es ist klar, Herr Schmid ist von der Partei damals nicht aufgestellt worden, weil er in aussenpolitischen Fragen eine andere Richtung hat. Das ist sein gutes Recht, aber es ist doch sein gutes Recht, dass die Partei jemanden aufstellt, der auf ihrem Gebiet ist. Die Bundesversammlung hat ihn vorgeschlagen. Die Partei hat ihn immer mehr oder weniger mitgetragen. Sie haben ja das Wort vom halben Bundesrat damals gebracht. Nein, vom halben SVP-Bundesrat. Das ist etwas anderes. Ja, das ist nicht gesagt worden. Und Frau Wittmer-Schlumpf gehört der Bündner-SVP an. In schweizerischen Fragen, das wissen wir, Sie haben natürlich bewusst andere Positionen vertreten als die schweizerische SVP. Sie kommt aus einem anderen Lager und sie wird auch ein anderes Gedankengut vertreten. Das wussten natürlich auch die anderen Parteien. Aber sie ist Mitglied der Schweizerischen Volkspartei und jetzt wollen wir sehen, was sie dann im Bundesrat macht. Und zumindest vertreten Sie einen Teil der SVP-Parteibasis auch, die beiden, oder? Ja, wenn man sagt, ja, jeder, der SVP ist, vertritt auch die SVP-Basis. Ich weiß nicht, wie das ist. Wenn man Herr Bundesrat Vogler, der auch ein starker Bundesrat war, gesagt hat, wir sind für die Konkurrenz. Aber wir setzen dich jetzt für keinen Regierungsrat der CVP. Weil wir sind immer noch für die Konkurrenz. Ich weiß nicht, was die CVP gesagt hat. Das ist nicht das Wesen. Bei Wahlen, Neuwahlen ist das etwas anderes. Also wenn Sie Gründe gesagt hätten, das ist ein schlechter Bundesrat, der hat ja nicht gearbeitet, der macht ja nichts und der hat so viele Fehler gemacht. Das haben Sie ausgerechnet nicht gesagt, sondern eher das Gegenteil, oder? Mir ging es nur um die Dinge feststellen, und das sind ja nicht Leute, die kein SVP-Gedankengut vertreten. Nein, nein, aber... Also es gibt ja nicht... Auf der anderen Seite, also wir hatten beim Brief bekommen, also von einem ausländischen Minister, mit dem ich gut befreundlich habe, gesagt, das habe ich jetzt noch nie gesehen, dass man Leute einer Partei in die Regierung wählt, die diese Regierung nicht will und dann sagt, das ist jetzt Vertreter dieser Partei. Das ist ja... Das ist ja logisch, nicht? Aber... Sie sind ja beide gewählt worden und haben die Wahl angenommen, unter ausdrücklichem Wissen, dass sie nicht unsere Vertreter sein werden, nicht Mitglied der Fraktion und nicht Vertreter der schweizerischen SVP, nicht wahr? Das ist auch ein gutes Recht und unter uns kann es ja Recht sein. Jetzt hätten Sie ja vielleicht zwei Linke gewählt und wenn Sie schon mit dem anderen regieren, ist ja vielleicht besser nicht zwei Linke. Also das müssen Sie beantworten, aber Sie sind nicht unsere Vertreter. Das wäre auch inkonsequent, nicht wahr? Aber es ist doch erstaunlich, Herr Bundesrat, die wählerstärkste Partei in diesem Land, die ja so stark auch taktisch immer vorgegangen ist, die eben diese Disziplin, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, ja auch intern durchgesetzt hat in den eigenen Reihen, dass es offensichtlich dieser Partei nicht gelungen ist, diesen Sitz von Ihnen zu sichern. Das ist doch eigentlich ein erstaunliches Ergebnis. Also hat da taktisch gesehen die Parteileitung, die Fraktionsleitung wirklich aufgepasst? Ja... Es ist ja nicht die Linke, die Ausschlag geben wird, die Linke war immer gegen Sie. Also man muss natürlich sagen, Sie hätten das alles verhindern können. Sie hätten nämlich auch das wechseln können, das hätten wahrscheinlich die meisten Parteien gemacht, dann ja, das verschen wir hinaus. Also nach dem ersten Wahlgang heisst das? Ja, oder schon vor den Wahlen. Das ist ja drei Jahre, ist ja das das Ziel von links und grün gewesen und zwar links von einer Regierungspartei, die sich der Konkurrenz verschrieben hat und da haben Sie recht, schon vor vier Jahren haben Sie natürlich nicht für mich gemeldet und nach einem halben Jahr gesagt, der muss wieder raus. Also das war ja absehbar. Und Sie haben es so gesteigert, dass die SVP am Schluss noch sogar Wahlen mit mir machen musste. Weil die haben gesagt, ja, wenn die schon so schiessen, dann fragen wir jetzt die Leute, wollt ihr diesen stärken oder nicht? Und das ist auf die, auf die gute Seite gegangen. Es hätte ja auch, ich habe gesagt, also nein, Regierungsziel und Regierungsmitglied zu sein und Bundesrat zu sein und alles zu tun, dass ich auf jeden Fall gewählt werde. Das habe ich natürlich schon gemerkt, das ist bei vielen so. Also lieber gebe ich, mache ich Abstriche. Das wäre meines Erachtens falsch. Da müssten wir in die Opposition gehen und von dort aus operieren. Wir waren, obwohl wir immer oppositionell gewesen sind und zu wenig in der Regierung vertreten, wären 20 Jahre unglaublich erfolgreich. Nicht in Ämtlein und nicht in Posten und nicht in Positionen und nicht in Regierungssitzen, aber im Gedankengut. Die Linke spricht von einer Blockerisierung der Schweiz. Das ist ja eine, natürlich bösartig, aber eine Ehrenmeldung. Und wir hätten in der Regierung, das war auch das Ziel 2003, wir binden ihn ein und stellen ihn ruhig und wir machen das, dass er nicht mehr sein Gedankengut vertreten kann. Dann wird auch die Partei verlieren und das ist alles nicht passiert und darum haben sie gesagt, jetzt werft ihn wieder raus, nicht wahr? Aber eben, sind Sie jetzt rausgeworfen worden, Herr Bundesrat, sind Sie rausgeworfen worden wegen Ihrer Politik oder sind Sie rausgeworfen worden wegen Ihres Politikstils? Weil es ist ja schon erstaunlich, eine geschlossene CVP, die ja durch auch einen bürgerlich gesinnten Flügel hat, stimmt gegen Sie. Oder praktisch geschlossen. Wir wissen es nicht so genau. Das dürfte nicht stimmen. Dass Sie praktisch geschlossen haben. Ja, es hat auf jeden Fall gereicht. Er hat einen starken Flügel gehabt, der nicht gegen mich gestimmt hat, aber es haben andere gegen mich gestimmt. Aber eben, nochmal. Freisinniger und so weiter, aber das spielt jetzt keine Rolle. Sie können das nicht trennen, den Stil und die Politik. Sie sind wegen meiner Politik, haben Sie mich rausgeworfen, weil ich zu stark war mit dieser Politik und das ist natürlich auch eine Frage vom Stil, nicht wahr? Also, ich habe ja die Vorwürfe hinter den Kulissen, das sind ja die wichtigen, aus kleinen Kreisen. Wenn ein freisinniger Nationalrat aus dem Kanton Genf gesagt hat, ich habe diesen im kleinen Stil, ich will jetzt nicht sagen, welches Wort er gebraucht hat, also auf Deutsch der Sau-Kalb da, oder? Habe ich in die Regierung gewählt, weil ich wollte ihn im Gefängnis einbinden. Aber nach drei Monaten war er Gefängnisdirektor. Dann habe ich gesagt, aha, ich habe mein Gedankengut zu stark eingebracht. Ich habe im Bundesrat nie mit etwas anderem meine Geschäfte durchgebracht, als mit Überzeugung, mit guten Vorarbeiten und so weiter. Und das war zu stark. Diejenigen, die mich gewählt haben, damit ich still bin. Und ich habe provokative Sachen gemacht. Denken Sie mal am Anfang das ganze Asylgesetz. Schon beraten, durchberaten, zurückgenommen, verändert, neue Teilbotschaft gemacht. In den Bundesrat musste ich es bringen. Mit erheblichem Widerstand durch, macht dann durch beide Kammern, dann durch das Volk. Das hätte ein anderer Bundesrat nicht gemacht. Und die Asylpolitik hat sich für uns sehr verbessert, für die Linke. Aber das heisst, Herr Bundesrat, Blocher ist die SVP? Das ist nicht so, nein. Aber das Gedankengut der SVP und meiner steht natürlich stark überein. Das hängt auch damit zusammen. Ich war dabei in den 70er Jahren, als die SVP am Boden war. Und es galt, eine neue Richtung zu wählen. Und ich stand an vorderster Front bei der Ausrichtung der Partei. Wir haben intern starke Flügelkämpfe gehabt. Ich war am Anfang in der Minderheit. Ich war fast ein Einzelgänger. Und am Schluss ist diese Richtung, diese liberal-konservative Auffassung, dieses starke Betonen der Selbstständigkeit und Eigenständigkeit der Schweiz, ist der Kurs der Partei geworden. Aber ich habe nicht der Partei gefragt, was musst du machen, sondern es stimmt einfach stark überein. Und bei diesen Kämpfen, wo ich im Vordergrund stand, haben viele Leute natürlich auch SVP gewählt wegen der Person Blocher. Das ist so. Das wissen wir auch aus Untersuchungen. Aber es ist nicht das Gleiche. Jetzt haben wir heute mal vor ein paar Tagen etwas gesagt. Ja, aber gehen Sie dann in die Partei und fragen Sie, was Sie vertreten sollen. Sag ich, das habe ich noch nie gemacht. Ich vertrete das, was ich für richtig finde. Aber meistens stimmt es in der Hauptrichtung mit der Partei überein. Nicht in allen Einzelheiten. Also ich hätte die Minaret-Initiative zum Beispiel nicht gemacht. Das würden Sie jetzt als Oppositionsführer auch nicht unterstützen? Ja, das weiss ich nicht. Ich kann jetzt noch kein Oppositionsprogramm bekannt geben. Es ist natürlich klar, die Opposition, die geht weiter. Also wenn man als Regierungspartei ist, da kann man auch darüber hinausgehen und vor allem, sie wird nicht mehr so viel Kompromisse mittragen können. Denn sie wird natürlich dann, das ist eigentlich die Aufgabe und nachdem ausser, dass sie nicht ausschliessen, dass Regierung und Parlament vorher schon der Opposition entgegenkommen, das wird dann das Problem der Sozialdemokraten sein, wenn sie die Kompromisse tragen müssen, die die anderen Parteien beschliessen, damit wir in der Opposition nicht Oberhand haben. Das ist der Weg, den der Blair beschritten hat mit Erfolg. Er hat gesagt, ich regiere, nicht mit dem Labour-Programm, sondern ich regiere mit dem Programm von Frau Thatcher, ich bin seine Nachfolgerin praktisch. Dann hat die Tories keinen Stich mehr. Die Tories haben während zehn Jahren die Politik beeinflusst, ohne dass sie etwas tun mussten. Das schwebt mir auch noch etwas vor. Das könnte passieren. Aber nochmals, um dann diesen Punkt abzuschliessen, diese Personifizierung der SVP in Ihrer Person. Davon haben Sie auch am Donnerstag in Ihrer Medienkonferenz gesprochen. In einem gewissen Sinne könnte man ja sagen, Sie waren der Garant des Erfolgs der SVP, der Segen der SVP und jetzt sind Sie gewissermassen zum Fluch geworden, was die Regierungsbeteiligung anbietet. Ja, immer vom Gegner her zum Fluch. Fluch und Segen sind ja da nicht am gleichen Ort. Gut, aber Sie wollten vor vier Jahren einen Sitz für die SVP. Sie wollten in den Bundesrat. Jetzt sind Sie nicht mehr im Bundesrat ab dem 1. Januar. Also, es ist ja nicht so, dass jetzt das quasi einfach gleichwertig ist, ob man in der Regierung ist oder eben nicht in der Regierung ist. Man muss ja auch aufpassen. Wir hatten vor vier Jahren starke Kräfte, die sagten, wir gehen nicht in die Regierung. Und ich wollte nicht Bundesrat werden, weil ich war ja auch Unternehmer und musste alles abgeben, ist ja klar. Wir haben dann gesagt, und das ist immer meine Auffassung auch gewesen, in die Regierung muss man gehen und wenn man rausgeworfen wird, geht man in die Opposition. Die Opposition, also den Widerstand zur Regierung selbst zu wählen, das hat fast etwas Destruktives. Und das haben wir nicht gemacht. Und dann, warum hat man Blocher gewählt? Weil es stimmt, es war der Garant des Erfolgs, haben gesagt, wenn du nicht gehst und wir nehmen einen anderen, dann haben wir das Problem, dass sie sagen, er geht nicht. Er macht hinter dran Opposition und jetzt wählt ihr einen anderen rein. Darum hat man gesagt, dann musst halt du, dann gehen wir mit dir. Du musst rein. Und ich bin ja auch nur reingekommen, nicht weil man mich wollte. Das müssen Sie ja auch wissen. Ein Drittel vielleicht wollte mich unbedingt. Man sagt, das ist ein guter Bundesrat. Und ein Drittel hat gesagt, wir wählen ihn, damit er nicht draussen ist. Jetzt haben wir den Erfolg der Restopäer erlebt. Jetzt binden wir ihn ein und stellen ihn still. Und ein anderer Drittel hat gesagt, wir sollten die Konkordanz wahren und wählen ihn. Man müsste uns keine Illusionen hingehen. Und das ist jetzt schief gelaufen. Für diejenigen, die mich nicht wollten und mich wählten, das ist ja klar. Und darum, so haben ja auch die Linken operiert in den Gesprächen, die haben gesagt, den bringst du. Jetzt hat die Partei nochmals Erfolg, gerade weil er drin ist, oder? Aber eben, das heisst ja vielleicht auch ein bisschen, dass die Taktik der SVP nicht aufgegangen ist, mit einer Regierungsbeteiligung sich eigentlich noch stärker zu positionieren. Die Angst vor der SVP hat abgenommen. Man hat gesehen, auch Blocher im Bundesrat verändert grundsätzlich nicht wahnsinnig viel. Also kann man ihn auch wieder rauswerfen. Die Opposition wird nicht dermassen viel mehr bewirken können, als nicht schon bekannt ist. Also eine grössere Fehlbeurteilung habe ich jetzt doch nie gehört. Der bewirkt nicht wahnsinnig viel, da kann man wieder rauswerfen. Meinen Sie, die hätten mich rausgewählt, weil ich nichts bewirkt hätte? Ja, da hätte ich wahrscheinlich die höchste Stimmenzahl gemacht. Nein, nein, da haben Sie mich jetzt falsch verstanden. Die Angst vor der SVP in einer Opposition, die war offensichtlich nicht mehr so gross, dass man eben gesagt hat, es spielt keine Rolle, ob die SVP eingebunden ist, um ihr Bild des Gefängnisses zu verwenden, oder eben nicht drin ist. Das meine ich. Es sind zwei Dinge. Sie haben ... Ein Teil hat gar nicht geglaubt, dass wir bereit sind, in die Opposition zu gehen. Die haben gemeint, das sei eine Drohung. Das sei nicht immer von Drohung, aber keine Drohung, das sei eine Konsequenz. De facto war es natürlich eine Drohung, oder? Man hat dem Parlament gewissermassen das Messer an den Hals gesetzt und gesagt, entweder Blocher in den Bundesrat oder die gehen raus. Wenn es ja nicht so gefährlich ist, ist es ja keine gute Drohung, wenn es stimmt, was Sie gesagt haben, nicht Herr Spielmann. Aber es ist die Konsequenz. Und jetzt machen wir es. Und jetzt ist natürlich etwas Unmut, das ist ja klar. Es wird etwas unbehagend, begreife ich auch. Aber Sie haben wahrscheinlich gesagt, es ist besser Blocher, in der Opposition als drin. Und vor vier Jahren haben Sie gesagt, es ist besser Blocher drin als in der Opposition. Das ... Ich habe ja nicht ... Wissen Sie, wir wollten nicht in den Bundesrat, um im Bundesrat zu sein. Und wir wollten nicht eine Politik machen, damit wir im Bundesrat sein dürfen. Sondern wir wollten das Land verbessern, verändern. Und das haben wir in den letzten vier Jahren stark gemacht. Aber es ist auch nur gegangen mit einer Linie und mit einer Konsequenz, die die Mehrheit des Parlaments jetzt abgelehnt hat. Sie wollen das nicht. Und zwar nicht einmal aus Richtungsgründen, sondern damit man diese Partei schwächen kann. Und das müssen Sie auch verstehen. Der Erfolg der SOP ist ja die Folge auch des Missverfolgs der anderen Partei. Wir mussten ja die Stimmen jemandem wegnehmen. Wir mussten mal sehen, die SP war gleich stark wie wir. Sind sie unter 20 Prozent und wir fast bei 30. Das ist natürlich eine unglaubliche Demütigung. Die Freisinnigen waren ... 2019, als wir das erste Mal teilnahmen, hatten sie ungefähr 28 Prozent. Also fast gleich viel wie wir heute. Und wir 15. Und jetzt ist es umgekehrt. Das sind natürlich parteipolitische Verschiebungen. Die sind fast ektonisch. Und die Linke behauptet, der Blocherkurs hätte sich durchgesetzt im Land. Und den müsse man jetzt wegbringen. Sie überschätzen es. So schlimm ist es also. So erfolgreich war ich jetzt auch wieder nicht, wie die Befürchten da nicht war. Aber ich gebe zu, Asyl, Ausländerpolitik, das Klima ist offen geworden. In der Finanzpolitik ist ein Umdenken. Und ich bin vorangegangen auch mit meinem eigenen Departement. Wir haben ganz grosse Vorhaben mit der Justizreform praktisch still durchgezogen. Wirtschaftsreform vorhanden. Das ist für Sie beängstigend, denn Ihre Anliegen sind auf der Strecke geblieben. Aber das war unser Ziel. Jetzt vielleicht wird das, oder ich glaube, es wird fortgesetzt. Für die Linke schon. Aber ich meine, Ihre Politik, die Sie jetzt sagen, das habe ich alles erreicht, wurde ja schlussendlich mitgetragen von einer bürgerlichen Mehrheit. Ja, ja. Aber natürlich, also erstens, ich sage ja Ihnen, man kann mir vorwerfen, ich hätte zu gut argumentiert, dass die anderen mitgemacht hätten. Viele Dinge habe ich auch einstimmig durchgebracht. Ich möchte erinnern an die ganzen Justizreformen. Wenn Sie denken, am Anfang, als ich kam beim Bundesgerichtsgesetz, das war ein Scherbenhaufen, in einem Rat schon beraten. Und dann habe ich es zurückgenommen und habe mit den Bundesrichtern in zwei Monaten ein neues Gesetz gemacht. Das war nachher einstimmig, haben wir das gut geheissen. Also, man hat doch gesagt, er ist zu absolut und er überzeugt und ich weiss nicht was, den trägt und alles. Das ist ein Erfolg. Ich hätte es anders machen können, aber dann hätten wir für Land und Volk hätte den Erfolg nicht, aber ich ... Aber Land und Volk, das ist ja auch da. Ich meine, in der Schweiz ist es halt doch ... Also, Sie haben 30% Wähleranteile, der wächst vielleicht, aber Sie bilden ja nicht das ganze Volk ab. Nein, ich meine, die Vorlage für Land und Volk, ich meine, Sie können sagen nein. Nein, aber Asylgesetzrevision oder Ausländergesetz ist ja ein gutes Beispiel, 75% Zustimmung. Das hat ja auch damit zu tun, dass eben die bürgerlichen Kräfte auch im Parlament, insbesondere auch die CVP, dieses Gesetz unterstützt haben. Ja, natürlich. Also, es braucht ja schon auch ... Nicht nur die CVP, auch die FDP. Ja, natürlich. Also ... Aber die Leistung war, das wusste natürlich die SP. Also, warum haben Sie es unterstützt? Weil Sie wussten, das ist ein ganz grosses Problem und weil sich die SVP dem angenommen hat, haben Sie verloren. Zweitens, es musste jemand kommen, der dieses Gesetz gemacht hat. Es war nicht Frau Metzler. Ich habe dieses Gesetz, die wesentlichen Punkte dann eingeführt und das wusste die Linke. Sie hat gesagt, wäre es ein anderer Bundesrat, wäre das schwache Gesetz durchgekommen, wenn ich sage, zum Wohl von Land und Volk. Wir haben 2003, 23'000 Gesuche gehabt und heute noch 10'000. Wir haben eine viel bessere, immer noch eine schlechte, eine viel bessere Situation. 2008 beginnt es ja eher zu greifen, wenn es jetzt richtig durchgesetzt wird. Und jetzt müssen Sie die Linken und die Grünen sehen, aber natürlich auch die Linken in den bürgerlichen Parteien. Die sind ja nicht so homogen. Die haben gesagt, das hat er auch noch Erfolg und sie sind auch für eine andere Asylpolitik. Das darf man ja sein. Nun, es sind also 25% gewesen, wenn Sie denken, die Kirchen, alle Link-Parteien, die Sozialkreise, die waren ja gegen dieses Gesetz. Und was haben Sie noch gesagt? Lehnt es ab, es ist ein Blocher-Gesetz. Sie haben es noch mit dem Namen verbunden, also Sie haben es noch verstärkt, nicht wahr? Weil Sie gedacht haben, Blocher ist der Teufel in Person. Wenn wir sagen, ein Blocher-Gesetz ist ein Teufel-Gesetz, dann werden wir null haben. Und das hat natürlich Folgen. Und bis vor 14 Tagen war ja noch alles anders. Aber als die CVP natürlich die Lunde gerochen haben, aber sie hatten natürlich eine andere Strategie. Das muss man sagen. Die ist jetzt nicht aufgegangen, ich finde. Also eine andere, Sie wollten eigentlich einen zweiten Minuswahl setzen. Ja, natürlich wollten sie eigentlich. Und sie hätten es auch natürlich bekommen können. Aber wenn ich da vielleicht nochmal schnell zurückkommen darf, bevor wir weitergehen vielleicht. Aber das finde ich schon noch interessant, dass es die SVP eigentlich nicht geschafft hat, in diesen Wahlen jetzt diese, das auch auszunützen. Ich meine, sie hätten ja auch die CVP unglaublich in Bedrängnis bringen können, wenn man rechtzeitig reagiert hätte. Und durch das, was man natürlich vor einem Jahr schon gesagt hat, entweder Blocher... Wie dann reagieren meine ich? Ja, eben zum Beispiel mit einem anderen Kandidaten noch zu kommen. Ja gut, das hätte man können. Also wenn man gesagt... Man hat einfach schon gesagt, wir gehen nur mit Blocher und wenn Blocher nicht gewählt, gehen wir in die Opposition. Also man hat eine Drohung oder eine... Ja, es ist eine Drohung oder eine Konsequenz, hat man im Prinzip ausgebreitet. Und durch das hat man sich irgendwo auch Handlungsfreiheiten entgenommen. Sie haben recht. Wenn wir ihnen eine schwache Kandidatur geboten hätten, hätten sie ja gesagt. Bei einer starken Kandidatur hätten sie nicht ja gesagt. Was wäre eine starke Kandidatur gewesen? Die die genau gleiche Lieder mit der gleichen Durchschlagskraft durchgezogen hätte. Adrian Amstutz, Kasper Wader... Ja, zum Beispiel. Ja, vielleicht. Amstutz traue ich das noch zu, ich weiss es nicht. Aber jetzt... Sie wollten ja diese Richtung rauswerfen. Drei Jahre lang. Sie haben gar nicht gefragt, ob der etwas Gutes macht. Sondern der nicht. Der ist zu stark. Und jetzt sagt die Partei... Wahrscheinlich sind wir in der Opposition jetzt stärker. Jetzt sind wir stärker. Weil wir müssen... Wir geben... Wir lassen auch die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nicht im Stich. Sie müssen mal schauen, die Reaktion jetzt in der Bevölkerung. Die sagen, das ist eine Schweinerei, dass man einen solchen abwählt. In einem Prozent, den ich nie gedacht habe. Gestern pro Minute trefften drei Mitglieder in die SOP ein. Das gibt es ja nicht. Eine spontane Parteibeitritte. Ich vermute 1983, als Lilian Ochtenhagen nicht gewählt wurde, bei der SP und Herr Stich in die Regierung gewählt wurde, lief eine ähnliche Empörungswelle zugunsten der SP. Nicht ganz so stark, weil da war es eine Neuwahl, nicht? Aber es hat doch dort etwas für sich. Ich habe... Ich würde damit nur sagen, Sie profitieren momentan... Ich habe gesagt, eigentlich ist es eine Lumperei, dass man für die Konkurrenz ist und eine Partei, die einen Kandidaten vorschlägt, der Fähigkeiten hat. Also wählbar ist. Ja, ja, ja. Dass man den wegen der politischen Gesinnung nicht wählt, das ist Lumperei. Darum haben wir jetzt schon zum dritten Mal diejenigen gewählt, die vorgeschlagen sind, ob sie uns passen oder nicht. Diesmal konnten wir sie nicht unterstützen, weil Konkurrenz auf Gegenseitigkeit beruht. Aber es war auch da, da gebe ich Ihnen recht, auch ein Fehler. Die Leute haben gesagt, das sind doch die Vertreter der Partei. Frau Huchtenhagen vertritt die Partei. Und jetzt muss es Otto Stich sein, weil er eine bürgerliche Richtung, hat man geglaubt. Ja, und da war noch Christiane Brum. Er verträgt... Wir reden jetzt von 1983. Ja, das ist ein anderer Fall. Das war der Fall Matten. Ja, ja, ja. Auch dort, ich gebe zu, das betrachte ich heute als Lumperei. Das gebe ich ehrlich zu. Aber eine Wegwahl, das hat man dann noch nie gemacht. Einer mit... Es war ja in der Debatte... Also vor 150 Jahren. Vor 150 Jahren wurde mal einer weggewählt oder zwei. Ja, er war, ich glaube, vorher zurückgetreten. Man hat ihn nicht weggewählt, aber das war eine sehr begreifliche Sache. Man hat ihm gesagt, wir können diese aussenpolitische Richtung nicht haben. Das hat den Grund. Es ist hier drin, weder von Leistungsausweis, weder von Volkswohl, von Volkswillen. Nicht wahr die Rede. Und da diese Versuche, warum der raus muss, kann man nicht gut integrieren und solche Sachen. Das ist ja ein lächerlicher Sinn. Aber man muss ja den Hintergrund sehen. Und insofern ist es jetzt verständlich. Ich passe hier nicht in diese Mehrheit des Parlaments, die auf andere Dinge schaut. Das muss man ja... Das darf ja so sein. Interessante Frage wäre einfach gewesen, Sie hätten einen Plan B gehabt. Wenn Sie merken, mit Blocher kommen wir nicht durch, wenn ich so sagen darf, dann bringen wir den Adrian Amstutz. Ja, wenn wir das... Ich würde jetzt mal behaupten, dann wäre es gelaufen. Ich bin eigentlich froh, dass wir keinen Plan B gehabt haben. Wir haben einen Plan B gehabt. Der Plan B heisst Opposition. Gut. Weil, ich schätze ja, Herr Amstutz sehr, aber wenn Sie das Personell hätten wechseln wollen, hätten wir das ja machen. Man weisst, die hätten das nicht gerne. Aber Sie wollten die Politik schwächen, Sie wollten die Richtung schwächen und Sie wollten vor allem die SVP schwächen, nicht wahr? Aber Sie sagen ja, wir haben einen Wählerauftrag, dass dieses Gedankengut im Bundesrat vertreten wird. Dann hätten Sie ja sagen können, oder ist dieser Wählerauftrag dermassen an Sie, Herr Blocher, gebunden, dass man beispielsweise nicht einen Adrian Amstutz hätte bringen können? Nein, wenn er vor vier Jahren mir das getan hätte, nicht. Und jetzt aber war sie? Ja, weil, weisst du, wenn einer drin ist und die Sache macht und sichtbar gut macht, das kann ja niemand verstehen, dass man den abwählt, ausser man will jemanden, der es schlechter macht. Und wenn Sie die Gewehr gehabt hätten mit Darmstütz, hätten Sie ihn vielleicht gewählt, aber Sie haben ihn nicht gewählt. Ja, aber die personelle Erneuerung, Herr Bundesrat, die wird ja kommen. Und ich behaupte jetzt einfach mal, möglich ist das, was jetzt passiert ist, einfach vier Jahre zu früh gekommen. Weil auch Sie sind 66, werden 67, Sie werden das ja nicht ewig machen können. Das ist auch nicht nötig. Eben, aber Sie müssen ja, ja, nein, aber es geht ja darum, Sie müssen ja letztlich einen Ersatz finden. Sie müssen eine neue Elite in der Partei aufbauen, die diese Ämter übernehmen kann. Mit dem Parteipräsidium hat man das ja schon eingeleitet. Ueli Murer tritt zurück. Beim Bundesrat oder bei Ihnen ist es noch nicht so weit gewesen. Man hat das vielleicht einfach auch unterschätzt, diese Gefahr. Aber diese personelle Frage, die kommt, die kommt ja unweigerlich. Also Sie, wir haben zwei völlig verschiedene Denkweisen. Sie haben Bundesrat, Bundesrat, Bundesrat. Und alles hat dafür zu sorgen, dass es Bundesrat ist. Ich muss Ihnen sagen, das lehnen wir ausdrücklich ab. Das ist ein Grundübel vieler Parteien, dass sie meinen, Bundesrat, Bundesrat, nochmals Bundesrat und nicht mehr daran denken, was bewirken wir am meisten zum Wohle unseres Landes, unseres Volkes, unserer Zustände. Und ich habe oft geschwankt in diesen vier Jahren. Ist es eigentlich besser drinnen oder draussen? Die grossen Fragen können Sie von aussen besser steuern. Ich glaube nicht, wenn ich im Bundesrat gewesen wäre, dass wir den EWR bekämpfen könnten. Das glaube ich nicht. Da konnte ich nur von aussen. Aber andere Dinge können wir drin. Darum, wir haben eine andere Ausrichtung. Und darum, diese Pläne B und so weiter, die waren nie ausgerichtet auf den Bundesrat. Das ehrt sie ja, dass sie nicht nach Ämtern streben. Das ist ja an sich in der heutigen Zeit durchaus sympathisch. Aber damit stellen Sie letztlich ja die Konkordanz auch Ihrerseits oder das Funktionieren der Konkordanz eigentlich infrage, wenn Sie sagen, es geht eigentlich gar nicht um die Regierungsbeteiligung. Ja, warum hat man da nicht, also Sie müssen es ja jetzt machen, wir werden gleich darauf zurückkommen, aber warum wollte man dann vor vier Jahren in den Bundesrat? Das ist schon ein Widerspruch, der nicht aufgerüst ist. Nein, ich habe nur gesagt, dass die Regierungsbeteiligung ist ein Zweck, um in der Regierung für unser Land, für unsere Bevölkerung, für die Zukunft unseres Landes, für das Volkswohl und den Wohlstand zu sorgen. Aber es hat nie Selbstzweck. Wenn ich in die Regierung gehe, damit ich ein Amt und ein Ansehen habe, und jetzt mache ich dauernd das, dass ich drin bleibe, aber das andere tritt in den Hintergrund, dann ist es falsch. Aber wenn wir vor vier Jahren gesagt hätten, wir wollen nicht in die Regierung, das wäre nicht richtig gewesen. Als stärkste Partei muss man gehen und da muss auch der Exponent bereit sein anzutreten, der wesentlichen Anteil hatte an der Prägung dieser Partei. Jetzt werfen sie uns raus, jetzt ist es anders, jetzt sind wir halt draussen und sie regieren jetzt da mit zwei Bundesräten, die aus Parteien kommen innerhalb der schweizerischen Volkspartei, die in vielen Dingen eine andere Meinung als die Partei vertreten hat. Das können sie bei den Parolen anschauen und die, die anderen das Gefühl haben, bei Herrn Schmid wissen sie es und bei Frau Mitmeslumpf sehen werden sie es vielleicht erfahren, vielleicht läuft es auch ganz anders, die Sache nicht mehr so konsequent tragen. Und sie glauben auch, das schadet der schweizerischen Volkspartei, wenn ich nicht mehr im Bundesrat bin. Wahrscheinlich bei den Bürgerlichen ist das die Hoffnung, die sind ja nicht eigentlich gegen mich, aber sie haben, er sagt, wir kommen nicht voran. Die CVP hat nur zu 0,2 Prozent gewonnen, die Freisinnigen wieder verloren und sie machen ja immer den gleichen Fehler, sie suchen den Fehler beim Anderen. Heisst das denn jetzt, dass wenn Bundesrat Schmid zurücktritt, in vielleicht zwei Jahren, wenn er die Legislatur nicht fertig macht, dass die SVP unter ihrer Führung diesen Sitz nicht anstreben wird? Das ist eine Frage, die man dann beantworten muss. Also wenn er in einem halben Jahr zurücktreten würde, sicher nicht. Wenn er in zwei Jahren zurücktritt und wir sagen so, wir treten an mit einem Exponenten unserer Partei. Der nicht Christoph Blocher heisst? Ja, wahrscheinlich kaum. Also Sie können sich das nicht vorstellen, dass Sie nochmal gegen die Dienste? Nein, aber ich weiss ja nicht, wie die Zustände sind. Churchill wurde weggewählt, später musste er dann... Im gleichen Fall natürlich. Viel zu erfolgreich in der Regierung. Der befreite ganze Europa konnte nicht einmal den Friedensvertrag unterschreiben, haben sie ihn zum Teufel gejagt. Er ist vier Jahre später wieder gekommen. Also das kann ich jetzt Ihnen nicht sagen. Wir müssen schauen, wie setzen wir unsere Sachen am besten durch und dann überlegen wir. Und wenn das Parlament sagt, ja nicht mit dem, sondern mit dem oder mit dem, der hat ja auch eine SVP auf dem Rücken, dann sagen wir. Nein, das ist jetzt nicht unser Vertreter und macht wie er wollt. Aber die strategische Perspektive, jetzt geht man in die Opposition, ist die möglichst bald wieder mit den Leuten, die dann wirklich die Partei repräsentieren, wie Sie sagen würden, wieder zurück in die Regierung? Ist das die strategische Perspektive? Das ist, ich muss jetzt noch sagen, wir sind ausdrücklich Anhänger der Konkordanz, aber nicht gegen die Scheinkonkordanz, das muss ich Ihnen sagen. Konkordanz kann nicht heissen, dass irgendeiner, der auch noch in der Partei ist, wenn er dort ist, die Konkordanz erfüllt oder wenn einer in der Regierung die Sache recht macht, ersetzen wir ihn, das nicht. Aber da muss es auch das Ziel sein, wieder mit der eigenen Richtung in die Regierung zu gehen, wenn wir sehen, dass wir darin Einfluss bekommen. Als ich eingetreten bin, habe ich immer Angst gehabt, es wird das Gegenteil sein. Die werden mir alles abklemmen, was sie nur können und das ist nicht der Fall gewesen. Da muss ich sagen, sie hat funktioniert. Ich habe ja vieles nicht durchgebracht, aber wenn ich das ganze Paket sehe, muss ich sagen, doch, es war erfolgreich. Es war erfolgreich und ich habe die Bilanz gezogen, ich werde nicht mehr angetreten. Ich habe gesagt, es ist erfolgreicher als draussen, aber nur, wenn wir in diesem Sinne kämpfen. Lassen Sie uns über die Oppositionsrolle jetzt sprechen. Was sind die zentralen Oppositionsthemen oder was sind die Themen, die Sie als Oppositionskraft noch stärker vorantreiben werden? Also zunächst einmal alle die Themen, welche ein Interessenkonflikt verursachen zwischen dem Volk und den Regierenden. Mit Regierenden meine ich, ich brauche das Wort, ich habe es zwar geprägt im negativen Sinne, es wird aber heute auf positiv gebraucht, der Klasspolitik. Also einfach die Leute, die in der Politik sind. Für Sie gibt es, hier gibt es das Volk und hier gibt es die Regierenden. In gewissen Fragen, nicht in allen. Das gibt es. Ich sage Ihnen, wo die Interessen und Gegensätze sind. Das ist die Aussenpolitik, nämlich bei der Selbstständigkeit und Unabhängigkeit des Landes. Die Politiker stört es nicht so sehr, wenn sie in grossen internationalen Gebilden sind, wenn das Recht von aussen gesetzt wird, wenn für Völkerrecht irgendwen, also nicht zwingendes, sondern irgendwen als Völkerrecht übernommen wird, denn das ist im gleichen Betrieb. Zweitens in der Schweiz besonders, sie sind ausgeschaltet von der Überwachung des Volkes. Das sind die ganzen Fragen der direkten Demokratie. Politiker schätzen nicht die direkte Demokratie. Also für Sonntagsvorträge schon. Aber im Parlament und in der Regierung ist das eine dauernde Gefahr. Ui, da muss ich vor das Volk. Was machen wir, wenn ich nicht vor das Volk kann? Wie erhöhen wir die Bezüge der Parlamentarier, ohne dass sie vor das Volk mussten? Nicht dabei Sitzungsgelder und so weiter. Das ist ja natürlich. Aber Politiker wollen Geld ausgeben. Jetzt kommen wir zum Zweiten bei den Steuern. Haben wir Interessengegensätze? Und die kann man natürlich, und ich habe in der Regierung ja das Ziel gehabt, vor allem diese Themen, und da bin ich natürlich auch angestossen, zu formulieren. Also die Unabhängigkeit des Landes nicht nachgeben, keine internationale Einbindung. Sie haben ja die EWR-Abstimmung erlebt. Das war der typische Fall. Alles, was Rang und Namen hatte, die Wirtschaft, die Gewerkschaft, die Kantonsregierungen, die Bundesregierung, die Parlamente, alle Parteien, mit dann am Schluss noch die SVP nicht, alle Zeitungen, die waren alle auf der anderen und das Volk hat mehrheitlich Nein gesagt. Das war ein typischer Interessenkonflikt und die Opposition muss sich hier ganz stark bei diesen Sachen gegen die Klasspolitik stellen, weil sie ist hier ausserhalb. Aber im Klartext heisst das, Herr Blocher, wenn ich an den Anfang zurückkomme, eigentlich vertritt nur die SVP die Interessen der Demokratie und der direkten Demokratie. Alle anderen wollen damit eigentlich nichts zu tun machen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Das war aber im Kern für mich der Aussage. Wenn wir in der Regierung sind, sind wir natürlich auch beeinflusst von Interessen. Ja, aber die Linke lanciert auch ab und zu eine Initiative. Ich weiß nicht, warum Sie mir das unterschreiben. Also sie vertritt sie vehement. Weil Sie vorhin sagten die Klasspolitik. Ob Sie die anderen nicht verhindern, weiß ich nicht. Wir gehören ja auch zur Klasspolitik. Wir haben ja auch Parlamentarier. Aber wenn Sie in der Regierung sind, sind Sie natürlich nochmal eine Stufe höher. Und wenn Sie Regierungspartei sind, ist natürlich die Sache noch stärker. Also es ist eine Illusion zu glauben, es gebe keine Interessengegensätze. Das ist eine Machtabgrenzung und aussenpolitisch vor allem. Da spielt sich jetzt ab in der ganzen Asylpolitik, Ausländerpolitik. Da sind verschiedene Interessen auch auf den Stufen. Dann nehmen wir doch, vielleicht können wir es ein bisschen konkreter noch haben. Nehmen wir die Europapolitik. Wird die SVP die Personenfreizügigkeit, die Ausweitung der Personenfreizügigkeit, also Bulgarien, Rumänien, bekämpfen? Wo Sie ja eine durchaus differenzierte Haltung als Bundesrat eingenommen haben. Das kann ich jetzt Ihnen nicht sagen. Natürlich, wenn Sie in der Regierung sind, das ist ein typischer Fall, und die Regierungspartei. Ich habe ja dieses Dossier bis jetzt betreut. Da habe ich gesagt, wir müssen eine Lösung finden und die Ängste der Bevölkerung aufnehmen. Und vielleicht finden wir einen Konsens. Man muss da gewisse Abstriche machen. Eine Oppositionspartei sagt, nein, nein, jetzt geht es so. Man kann auch nicht sagen, man muss ja nicht meinen, eine Oppositionspartei sei eine Partei, die zu allem Nein sagt. Also, das kann sein. Es gibt ja Zeiten gegeben, wo eine Oppositionspartei Obstruktion macht nach allen Richtungen. Das ist aber ganz sicher nicht meine Auffassung. Meine Auffassung ist, dass wir für die Schweiz vielleicht das Bessere erwirken können, wenn wir nicht eingebunden sind. Das ist eine Hoffnung. Und bei der Personenfreizügigkeit, dann schauen wir, was die anderen machen. Das ist auch ein Fall, wo Sie wahrscheinlich sagen, oi, jetzt haben wir die SVP in der Opposition. Jetzt haben wir es sehr schwierig bei europapolitischen Vorlagen. Und jetzt machen wir die Sache so gut, dass Sie keine Chance haben. Das ist möglich. Also, wenn Sie gescheit sind, machen Sie das. Aber vielleicht sind Sie auch übermütig. Sie haben im Moment diese Frage für sich noch offen gelassen. Toni Brunner hat bereits ganz klar gesagt, wir werden antreten. Ja gut, das ist seine Auffassung. Ich muss jetzt Ihnen sagen, ich kann jetzt nicht für meine Partei sprechen, wenn wir in der Opposition sind. Ich bin ja jetzt noch Bundesrat bis zum 31. Ich habe hier eine Linie gehabt, damit die Sache gut rauskommt. Die letzte Freizügigkeitsabkommen ist nicht zuletzt wegen mir zustande gekommen. Ich habe es gegen die Partei vertreten mit dem zentralen Satz, wir müssen es wagen. Das ist der zentrale Satz gewesen. Ich habe nie die Sache beschönigt. Ob ich das hier auch noch sagen kann, weiss ich nicht. Das lasse ich jetzt offen. Sie müssen sehen, ich bin noch in einer anderen Rolle jetzt und nachher muss ich einen Weg finden. Nichtsdestotrotz, Sie haben jetzt vom Wohl des Landes ja auch gesprochen und von den Interessen. Es gibt ja schon auch Stimmen, die sagen, diese Haltung der SVP führt letztlich dazu, dass die bürgerliche Mitte, wie immer man die definiert, eigentlich erpressbar wird von links. Das heisst eigentlich, die Abwehrhaltung der SVP stärkt indirekt die Linke, weil die natürlich den Preis erhöhen kann für gewisse Konzessionen, um eben diese Mehrheiten zu sichern. Das ist ja schon ein reales Problem, dass dann durchaus die eigene ... Wenn wir nicht mehr in der Regierung sind, teilweise wird es auch das Gegenteil bewirken. Aber ich muss Ihnen sagen, die Wahlen zeigen das Gegenteil. Die grosse Verliererin ist die SVP. Die SP, ja ja, in den Wahlen. Und die SP und die Grünen haben zusammen so viele Sitze wie die ganze SVP. Also die ist gestärkt worden. Jetzt, wenn Sie sagen, die Mitte wird erpresst. Erpresst wird nur, wer sich erpressen lässt. Das ist Ihr Problem. Ich würde mich nicht erpressen lassen. Ich würde einen Weg beschreiten, welcher klar ein antisozialistischer ist. Dann würden Sie auch die SVP natürlich schwächen. Hätten die beiden Mittelparteien die Probleme behandelt und in gleicher Weise behandelt wie wir, nehmen Sie das ja als Asylproblem. Sie haben zugestimmt. Aber die SVP hatte das Dossier in der Hand. Aber sie hat nichts gemacht. Und das ist einfach zu wenig. Hätten sie es gemacht, hätten wir gar keine Auftriebsmöglichkeit gehabt. Eine Partei ... Wir sind nämlich nicht gut, die SVP. Wir sind nur weniger schlecht als die anderen. Wir haben es besser gemacht. Aber wir haben noch viele Defizite. Nicht, dass Sie meinen, ich würde da etwas glorifizieren. Wir sind so stark gewachsen und haben Strukturen, die noch schwach sind usw. Und wir haben auch Leute, die nicht nur als vorderster Front als Herolde gehen. Wir haben auch Leute, die lieber ein Amt und eine Entschädung haben. Das sind keine Heiligen. Aber wir haben es besser gemacht. Ja, und Sie haben natürlich auch Interessen zu wahren. Also die Landwirtschaft, durchaus auch die Parallel-Importe angewiesen ist. Das wollen wir auch. Also da gibt es ja schon noch ... Nein, 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 das ist ... Also das Erste stimmt. Das Zweite, wir sind doch nicht auf die Parallel-Importe angewiesen. Nein, aber es gibt gewisse Interessen ... Das fehlte noch einmal. Es gibt gewisse Interessen, die ja auch in Ihrer Klientel dann nicht mehr ganz so zu trennen sind eben von anderen Interessen, die jetzt zum Beispiel von der Mitte verfochten werden. Das muss ich Ihnen sagen, das ist ja klar. Alle haben doch Interessen zu vertreten, dürfen sie auch. Wir sind stolz, die Landwirtschaft zu vertreten. Wir lassen die nicht hocken. Wenn einer sagt, ich kann zugrunde gehen und so oder so. Ich vertrete die Landwirtschaftspolitisch eine etwas andere Auffassung als unsere Bauernverbände. Das ist ja kein Geheimnis. Aber es muss auch nicht alles gedeckt werden, nicht wahr? Ich darf ja auch verschiedene Meinungen haben. Nur in den Grundsatzfragen habe ich jeweils gesagt, es ist besser, wenn einer zur SP geht, als in unserer Partei die SP-Parolen zu vertreten, weil für das hat man ja Parteien. Freuen Sie sich, Herr Bundesrat Blocher, auf die neue Rolle als Oppositionsführer, dann nicht mehr Bundesrat Blocher, sondern Christoph Blocher? Ob ich die führende Rolle übernehme, weiss ich zurzeit noch nicht. Wir müssen jetzt schauen, wie wir es machen, und dann stellen wir die Leute dorthin, wo wir sie am richtigen Ort haben, und ob ich dann das Präsidium übernehme oder nicht, wird es sich zeigen. Kasper Bader hat bereits von unserem neuen Parteiführer gesprochen, Uli Maurer hat gesagt, sie werden sich gewerben. Das ist der Wunsch vieler Leute, dass ich es übernehme. Wenn es richtig ist, mache ich es, wenn es nicht. Ist die Konsequenz der Personifizierung der Partei in Ihnen? Ja, Sie müssen sehen, ich habe eine Erfahrung seit 1977. Das ist wie ein alter Unternehmer. Wenn Sie einen kriegerischen Vergleich wollen, wie ein alter General, der sagt, den wollen wir, der hat die Erfahrung. Das ist ja nicht so Schlimmes. Die Personen machen ja Erfolg. Aber wenn Sie sagen, ob ich mich freue. Heute Morgen habe ich grosse Momente gehabt. Ich freue mich und ich merke, es kommt gut. Gestern noch habe ich gesagt, ich weiss nicht recht, wie wir es machen sollen, wo, mit wem und wodurch. Das ist ja bei allen Entscheidungen, die ich hatte. Da habe ich keine guten Momente, bis er da ist. Das ist wie bei einer Geburt eines Kindes. Dann auf einmal kommt es und es kommt gut. Ich merke es nicht. Im Moment habe ich das Gefühl, es kommt gut. Wenn Sie mir diese Bemerkung zulassen, gestern Morgen und auch am Nachmittag spürte man doch eine gewisse Verbitterung, eine gewisse Empörung. Sie haben unter anderem in der Pressekonferenz am Donnerstag gesagt, ich bin dann auch fähig, über den Dreck zu sprechen. Das würden wir gerne noch wissen. Was meinen Sie mit Dreck? Ja, also zuerst muss ich Ihnen sagen, dass nach einer solchen Abwahl nicht ein Freudengeheul ausbricht, das wäre verdächtig. Das muss ich jetzt Ihnen sagen. Das heisst, ich habe es extra gemacht, dass wir ausgehen können. Sie haben es nicht ernst genommen quasi? Ja, ja. Nein. Die Verbitterung muss da sein. Auch die Ränkespiele, die Art und Weise, wie es gemacht wurde. Eine Enttäuschung auch, dass jemand ein Amt annimmt. Eigentlich nur deshalb, um einen aus dem Amt zu werfen. Das ist, oder annimmt, mindestens war das Motiv, wie Sie gefragt haben, das gibt etwas Erbitterung, Enttäuschung auch und auch ein gewisses ungutes Gefühl. Aber es war auch sofort die Erleichterung natürlich auch vorhanden, weil wir haben ja mit dem ganzen gerechnet. Jetzt spürte man mir das an, gut, ich weiß nicht, am ehesten vielleicht im Nationalrat. Jetzt spreche ich zu diesen da, da sind sie ja. Was soll ich eigentlich denen sagen? Die interessiert doch nicht, was ich, wie ich jetzt vorgehe, aber es wäre auch nicht gut gewesen, wenn ich... Es war Totenstille zu meiner grossen Überraschung. Ich hatte eigentlich erwartet, sie pfeifen mich aus. Aber wahrscheinlich war da schon ein schlechtes Gewissen vorhanden. Aber eben am Nachmittag das Wort Dreck. Was haben Sie damit gemeint? Ja, ich habe gesagt... Ganz kurz, ja. Wenn das... Ja. Wir haben wertvolle Wörter. Ja. Wie zum Beispiel Konkordanz. Wenn sie missbraucht werden. Und wo ich vor allem beim Dreck gesprochen habe. Amtsgeheimnisse sind vielfach da, um Unsauberkeiten, das sind ja Dreck, zuzudecken. Und darüber muss auch gesprochen werden. Auch die Unabhängigkeit von Organen. Das habe ich bei der Bundesanwaltschaft festgestellt. Da sagen alle, die sind unabhängig. Um das machen zu können, was sie wollen. Mit Instrumentarien, wo man Leute in die Kiste wirft, wo man Milliarden beschlagnahmen kann. Und niemand beaufsichtigt sie. Und dann sagt man Unabhängigkeit. Da wird das Wort Unabhängigkeit, um unter Umständen Dreck zuzudecken. Also, ein Fall ist ja öffentlich geworden. Per Zufall da mit diesem Plan H, wo ich involviert gewesen wäre. Aber auch sehr viele Dokumente werden nur aus dem Grund veröffentlicht, weil man es nicht lesen darf. Oder die Geschäftsprüfungskommission ist ja ein wunderbarer Name. Oberaufsicht des Bundesrates. Und darunter wird dermassen viel schmutzige Politik betrieben. Das kommt nicht. Das kann man als Opposition aufdecken. Ich kann es hier als Bundesrat sagen, weil die letzten Manöver sind ja ausgekommen, nicht wahr? Also, der 5. September, das ist ein Drecktag par excellence, oder? Herr Bundesrat Blocher, Sie kommen offensichtlich bei diesem Thema in Fahrt. Es wäre auch spannend, weiterzumachen. Ich denke, es müsste auch noch einiges ausgeleuchtet werden von dem, was Sie sagten. Das ist uns leider aus zeitlichen Gründen jetzt nicht mehr möglich. Wir danken Ihnen auf jeden Fall recht herzlich für dieses Gespräch. Das nächste Mal vielleicht dann mit Oppositionsführer Christoph Blocher. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danken wir auch herzlich fürs Zuschauen. Das war NZZ Standpunkt der zwei Journalisten, ein Gast. Heute mit dem abgewählten Bundesrat und Justizminister Christoph Blocher. Sie können übrigens diese Sendung auch sehen auf Internet unter www.nzz.ch. Unser nächster Gast wird in drei Wochen hier bei uns sein. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.